Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Runde Fortnite. Natürlich wie man es kennt mit Baustellengeräuschen im Hintergrund. Ja da fährt auch gerade ein Radlader vorbei. So ne Arschgeigen. Ich hoffe das stört euch nicht. Auf jeden Fall direkt im Ladescreen Runde Solo. Und es kann ruhig mal länger laden würde ich sagen. Oder schneller. Oder da haben wir es. Ihr seht unten links in der Ecke Level 198. Alle Wochenaufgaben im Season Pass erledigt. Und was wollt ihr von mir? Geht mal weg. Yo Taktikaufgabe sammle Waffen jeden Häufigkeitsgrades. Mal schauen ob wir die hinkriegen. So wo springen wir raus? Ich würde sagen keine Ahnung wo. Wo springen wir raus? Da! Nach Sweetie Sand. Nein da landen welche. Fies. Arschgeigen. Ja flieg weg. Genau. Machst du richtig so. Überlast mir das Haus hier. So wir haben eine grüne Waffe. Wir haben eine blaue. Wir haben eine graue. jetzt fehlt der nur noch. Lila und… Lila und 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 gold. Die Hammer schon. oh die nehme ich dankend mit allzu weit müssen wir nicht das ist sehr gut ganz kurz hier so so aufpassen muss mich keiner weg snipert so Gebt mir mal bessere Waffen Na ja, kommt, wir reiten mal vor Okay, da ist einer niedergestreckt worden War hier jemand drinnen? Ne So, gucken wir gleich mal was dort so viel Loot liegt Eine Falle und ein blauer, eine blaue Harpune Ja, gut Ja gut, ja gut So, einer von den beiden muss ja überlebt haben Aber wo? Oh Shit, ich brauche halt Metall Geil Och komm schon, ernsthaft Oh ne Scheiße Aufpassen Da hinten ist eine Stadt Und 30 Springs Sehr gut Haben wir ja gesehen, dass es gebaut wurde? Ja 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 Okay, das sieht nicht gut aus. Shit. Mist. Scheiße. Mist, der war weg. Das war ein nice Shot. Muss ich sagen. Was hatte der? Ja gut, nicht wirklich interessantes Zeug. So, der andere ist da hinten. Schade, das wäre gut gekommen. Ich würde sagen, einfach rein ins Getümmel. Ich würde das Leben nur noch 16, also mit mir. Oh. Oh, ich hasse das. Komm, spring nochmal, du Bastard. Meine Güte. Mann, Mann, Mann. Was war das denn? Ah, das werden wir wohl nicht so ganz schaffen hier. Ah, das wird gerade kacke. Ja. Ah. Ah. Geht man das noch hin. Scheiße, wird das knapp. Scheiße. Ich schaff das. Oh, da unten rennt einer. Geht man das noch hin. Ah. 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 Da oben. Ah. 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 so tagesaufgabe erreicht und das mit 9 neben und 20 schild was soll noch mal einer sagen ich kann nicht spielen scheiße aber 8 da was reicht für mich aus so mal ganz kurz zurück zur lobby wenn euch die folge gefallen hat lasst einen Daumen nach oben da lasst einen Kommentar da und ich hoffe wir sehen uns im nächsten Video bis dann bleibt entspannt genießt den Tag und bye bye bis dann